Halli und Hallöchen und Willkommen zu einem Wie-ist-die-Lage-Video von mir. Häuspern. Die Wie-ist-die-Lage-Videos sind kleine Informationen zu unserem Channel und was sich so die Woche auch auf YouTube geändert hat. Tagesordnungspunkt 1, das neue Junge. Naja, will ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ihr kennt es, hoffentlich. Da will ich unbedingt eure Meinung wissen, was ihr davon haltet. Also, weil bis jetzt, mich spricht es nicht an. Ich komme damit nicht zurecht. Ich finde es schlecht. Muss ich wirklich mal so raushauen. Äh, ja. Ja, das war jetzt zuerst mal das. Dann, wie ihr da oben einmal seht, und hier auf unserem Kanal. Das habe ich jetzt auch, oder werde ich jetzt auch bei jedem Video verlinken. Das hier ist unsere Fanpage. Das ist ein Facebook-Seite und da steht Fan-Seite. Könnt ihr draufklicken. Da kommt eine Nach-, also, bei mir ist, weil ich jetzt nicht angemeldet bin, würde eine Nachricht kommen, ihr seid nicht angemeldet und so. Ja. Also, dann seid ihr auf der Seite. Äh, wenn ihr immer up-to-date sein wollt, weil hier, wenn ihr gerade nicht auf YouTube seid und auf Facebook seid, dann seht ihr hier auf jeden Fall, wann ein neues Video kommt. Und deswegen bitte ich euch, da vielleicht ein Feld mitzugeben oder so. Nachher kommt hier auch noch ein Bild in den Hintergrund und so. Deswegen möchte ich da, also möchte ich da bitte wirklich, äh, dran erinnern. Äh, der Mr. Florian wollte eigentlich auch mitmachen, nur der ist um sieben schon, falls euch THW was sagt, ist ins THW, wegen Weihnachtsmarkt. Der will da ein bisschen aushelfen beim THW. Ja, ich hab mir gedacht, gut, dann chill ich mich halt alleine mit ein paar Kumpels auf dem Weihnachtsmarkt. Wird, denke ich mal, ganz chillig werden. Äh, ja, das ist das nächste Thema. Ich gehe heute Weihnachtsmarkt. Dann kommen wir auch zu einem weiteren Fragethema. Wart ihr dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Oder wollt ihn auch auf dem Weihnachtsmarkt? Und, ja, das war jetzt schon eigentlich so das allergrößte Thema. Obwohl ein paar Team kann auch noch zum Channel ansprechen. Ich hab gesagt, hier, Fanpage, da, gefällt mir drücken. So, äh, wir sehen hier, also wie ihr seht, äh, ich und René haben jetzt die letzte Woche mal ein bisschen Black Ops 2 aufgenommen. Apropos Layouts, mache ich jetzt mittlerweile auch hier. Ich hab für Call of Duty jetzt ein Layout erstellt. Und für Minecraft. Ich hoffe, die Layouts gefallen euch. Äh, wenn ihr vielleicht wollt, dass ich Screenshots aus dem Spiel nehme, das wird dann aber länger dauern. Für mich die Herzstellen, das könnt ihr wissen. Ja, äh, dann das nächste, was ich jetzt eigentlich auch noch auf der Gende stehen habe, wäre, äh, ich würde gerne von euch wissen, ob ich das so machen soll. Ich würde jetzt immer so einmal die Woche, würde ich gerne ein Biest-die-Lade-Video machen. Dann würde ich so ein bisschen erklären, was weiß ich, vielleicht wenn, also jetzt über unsere Fan-Seite, vielleicht später mal so ein bisschen noch was, über wie zum Beispiel YouTube-Design, vielleicht soll ich auch über Gott in die Welt quatschen. Schreibt es mir in die Kommentare, über was, also ob ich so ein bisschen auch noch in die Welt, ins Weltliche gehen soll. Ich bin raus, ich bedanke mich. My name is Hancock. Und ich lasse den Track noch weiterlaufen. Ach, scheiß drauf. My name is Hancock. Tschüss.